Züge sehen wir ja normalerweise nur, wenn sie unterwegs sind oder wenn sie manchmal im Bahnhof stehen bleiben. Aber wo werden sie eigentlich untergebracht? Und wo werden sie in Schuss gehalten, damit sie dann gut und sicher auf der Strecke unterwegs sind? Wir schauen uns heute an, wo die Züge daheim sind. Jung und Alt stehen hier nebeneinander. In der Remise schlafen die Züge der Salzburger Lokalbahn noch friedlich. Draußen auf den Gleisen ist die Lokalbahn schon unterwegs. Und auch langsam kommt hier Bewegung rein, denn es gibt einiges zu tun. Den Überblick dabei hat Remisenmeister Manfred Garnweider. Zuerst werden alle Wagen aufgebügelt, sagt er. Aufbügeln? Aufbügeln, ja, dass er einen Strom hat. Die, die jetzt draußen einen Regelzug fahren, die werden mit einem Schalter aufgebügelt. Die halten wir, dann haben wir noch eine Schnur. Die werden noch händisch aufgebügelt. Den Strom brauchen die Züge in der Remise vor allem, um durchgecheckt zu werden. Dann wird der Wagen durchgeschaut, ob alles passt. Dann wird jetzt sagen, ob das sie so ist, ob es passt, dass nichts runterhängt. Dass sie da los passen, dass die Türen alle gehen. Und das ist die ganze Arbeit dabei in der Früh. Neben den Routinekontrollen gibt es regelmäßig auch Inspektionen. Alle 8.000 Kilometer, sagt Schlosser Josef Luginger. Das klingt erstmal viel. Ja, aber die sind gleich mal rum. Weil die fahren ja über, 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 hin und her. Bei den Inspektionen wird alles genau kontrolliert. Auch unter dem Zug. Hier ist die ganze Technik. Zugbeinfluss, so ist das. Die Signale, die wir haben, wenn der rot ist und der fährt über, dann bremst der Zug automatisch. Das ist der Motor. Das müssen wir auch bei zwei Mann an Kollektoren, Grundlänge messen. Mit 35 Millimeter werden die gewechselt. Josef nimmt den Zug rundherum unter die Lupe. Die Magnetschienen bremsen, die Räder und die Sandrohre samt Sandbefüllung. Sand in einem Zug? Ja, das ist, wenn es rutschig ist, wenn es regnet, wie auf einer Eisbahn nachher, gestern in der Mitte, raufen. Da kann man Sand drücken, so ein Bremsen, also und zu Anfang auch auf. Das Prinzip dahinter heißt Reibung. Und die spürt man zum Beispiel ganz gut bei einem Schleifpapier, einem Sandpapier. Das rutscht zum Beispiel auch nicht so leicht weg. Und diese Reibung macht man sich bei der Bahn zunutze. Ohne Sand rollt dieser Spielzeugzug nahezu ungebremst dahin. Streuen wir Sand, dann schafft er es, vor dem Streckenende stehen zu bleiben. So ein Zug steht nicht so schnell. Legt der Zug bei 80 kmh eine Vollbremsung hin, bleibt er erst 400 Meter später stehen. Ohne Sand würde er deutlich weiter dahinschlittern. Deshalb wird alle 4000 Kilometer nachgefüllt. Eine Scheibtruhe Sand pro Zug. Im Führerstand prüft Josef alle Funktionen. Und da haben wir eine Scheinwahrscheinlage. Und er schaut in den Wagenpass. Wenn jetzt irgendein Mangel ist, die Triebfahrzeugführer tragen das ein. Und wir müssen da immer nachschauen, wenn wir es eingeschrieben werden. Wenn wir es selber beheben können, beheben wir es selber. Wenn mal was Größeres ansteht, wird das in der Werkstatt erledigt. Wie bei Zug Nummer 46. Bei denen wird der Achsentausch gemacht. Da sind die Waffen schon am Limit. Die werden jetzt getauscht. Dann wird jetzt kommen und dann wird das Drehgestell ausgebaut. Und da braucht es ordentliche Wagenheber, um einen Zug mit knapp 63 Tonnen Gewicht hochzuheben. Zum Schieben des Drehgestells reichen zwei Männer. Sind die Reparaturen und Kontrollen erledigt, parken Josef und Manfred die Züge um. Von einem Gleis aufs andere. Und auch da ist Team und Handarbeit gefragt. Einige Weichen werden per Hand gestellt, andere elektrisch. Und alles in Abstimmung mit dem Zugleiter. Damit der reguläre Zugverkehr nicht beeinträchtigt wird. Und so parken am Ende des Tages wieder jung und alt in der Remise. Jeder Zug am richtigen Gleis. Und wenn man die Züge und auch die vielen alten Zugraritäten mal hautnah erleben will. Dann ein kleiner Tipp von mir. Die Lokalbahnremise in Salzburg, die kann man nach Voranmeldung besichtigen.